Hey Leute, willkommen beim zweiten Teil unserer Playmobil-Geschichte Ritter Otto und der Drache. Mal sehen, wie es weitergeht. Hallo Shit-Chef, schön, dass du mal wieder an mich denkst. Jaja, genug Sentimentalitäten, wir müssen los. Ich hoffe, du kannst noch fliegen. Na, aber sicher. Spring auf, Meister. Na los, Bruno, dann zeig mal, dass du noch ein richtiger Drache bist. Na ja, los geht's. Verdammt. Nein, Bruno, da vorne musst du runter. Du sollst da vorne nach rechts, Bruno. Hier lang, meinst du? Mensch, du Trottel, da vorne ist die Borg. Jetzt nach rechts. Alles klar, nach rechts. Pssst. Ach du Schreck, was ist das? Der ehrlose Ritter kommt auf einem Drachen geflogen. Das sieht nach Ärger aus. Ich werde sofort den Schatz verstecken. Mein schöner Schatz, nochmal kriegt ihr den nicht. Ich werde den, ähm, hier verbuddeln. Hehe. Landen! Vorsichtig, Bruno! Oh, okay, Chef. Meine Güte, du bist echt so nicht zu gebrauchen. So, wir belagern seine Burg. Jetzt muss ich mir nur noch überlegen, wie ich an den Schatz komme. Hm. Hm, hm, hm. Ich hab's. Ich nutze Ottos größte Schwäche aus. Seine Barmherzigkeit. Hahaha. Hilfe, 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 ein Drache. So hilft mir doch jemand. Ist ja nirgendwo ein mutiger Ritter, der einer wehrlosen Lady hilft. Hä? Hä? Was ist das? Eine wehrlose Frau? Ich muss ihr helfen. Tchut, 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 tchut. Äh, das hat geklappt. Dieser Schwachkopf glaubt wirklich alles. Ich dring ihn in die Burg ein. Ah, was für eine schöne Burg. Hier pfeift's bestimmt nicht durch die Ritzen. Hey, was ist hier los? Was ist das für ein Lärm hier draußen? Ah, Prinzessin, du kommst gerade richtig. Keine Bewegung. Wo ist der Schatz? Antworte. Wo hat Dritter Otto den Schatz versteckt? Das werde ich dir nie sagen, du Wurm. Ich glaube, das kleine Prinzesschen hat nicht genügend Angst vor mir. Das werde ich ändern. Bruno! Oh, komm her! Okay, Chef. Ich komme schon. Da, 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 da. Oh, was? Was ist das denn? Chef? Chef? Das solltest du dir ansehen. Mann, Bruno, bist du blöd. Mit komm, Prinzessin. Tchut, 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 tchut. Mensch, Bruno, was hast du denn schon wieder? Oh, oh, was ist das denn? Gut gemacht, Bruno. Okay, Prinzessin, wir machen einen kleinen Ausritt. Milady, Milady, wo seid ihr? Hier war es doch irgendwo. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Was? Meine Prinzessin. Oh nein. Nein. Okay. 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 Okay.